Die voll isolierte V2 Containerkabine kommt mit einem voll ausgestatteten Badezimmer mit 30 Liter Boiler, Adora Dusche und Waschbeckenarmatur, grohe Wandtoilette, einem Gustavsberg Nautik Waschbecken und Teak Fußbodenbelag. Diese Containerkabine besitzt außerdem Premium Doppelglasfenster und Türen, Eichenfußboden, Steckdosen und Innen- und Außenvertiefelung. Sie ist für Ganzjahresnutzung geeignet. Sie benötigen lediglich einen kleinen Ofen, der nicht im Preis einbegriffen ist. Alle unsere Schiffscontainerkabinen können ganz leicht an einen neuen Platz umgestellt werden, wenn sie in der Zukunft einmal umziehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Dies ist für Ganzjahresnutzung. Die ZDF, 2020 Waschbecken wir imres cégeisingen? Ja, es ist für ganz jahrelen. Wir sind unversteigend. Sie ist ein schacağ leverage. Und nun muss die Eliasen reicht noch stärker.